In meinen bisherigen Videos zum papierlosen Büro habe ich vor allem den Canon Image Formula P2082. Er ist einen sehr, sehr kompakten und mit 130 Euro noch relativ günstigen Einzugscanner empfohlen. Jetzt gab es unter macOS Catalina bei einigen von euch die Probleme, dass sie den Treiber nicht mehr laden konnten. Wie ihr dieses Problem löst, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Und damit hallo und herzlich willkommen im Ingenieursblog. Mein Name ist Stefan Lachner und heute werde ich mit euch gemeinsam das Problem lösen, dass ihr unter macOS Catalina mit diesem Scanner eben nicht mehr scannen könnt. Der Canon Image Formula P2082 ist ein in meinen Augen genialer Einzugscanner, weil er neben seinem relativ günstigen Preis von um die 130 Euro eben sehr, sehr klein, kompakt und trotzdem sehr, sehr leistungsfähig ist. Er kann bis zu 10 Seiten DIN A4 Duplex einscannen mit Texterkennung, mit Korrektur von schief eingezogenen Seiten, mit automatischer Erkennung von leeren Seiten. Also für den Leistungsdaten ist dieser Scanner absolut genial. Nur hat sich jetzt eben unter macOS Catalina das Problem ergeben, dass man nicht mehr scannen kann. Und der Grund dafür ist der folgende. macOS Catalina unterstützt keine 32-Bit-Apps mehr. Jetzt hat Canon vor kurzer Zeit nachgezogen und eine 64-Bit auf den Markt gebracht. Allerdings ist auf dem Scanner hier ein kleiner USB-Speicher integriert. Und dieser USB-Speicher beinhaltet eine 32-Bit-Version von diesem Scan-Programm. Das war ursprünglich dafür gedacht, dass man den Scanner auch unterwegs portabel mitnehmen kann und auch auf einem Rechner, auf dem dieses Scan-Programm eben nicht installiert ist und der Treiber nicht installiert ist, direkt losscannen kann. Und diese Funktion aktiviert ihr mit diesem Auto Start On. Mit dieser Schalterstellung aktiviert ihr die Funktion, dass ihr den internen Speicher vom Scanner nutzt, um die App auszuführen. Und genau das ist in dem Fall unser Problem. Wenn ihr nämlich, selbst wenn ihr euch die 64-Bit-Version runtergeladen habt, wird dieser Scanner, sobald er auf On steht bei Auto Start, wird er immer die interne Version verwenden und dadurch wird euch angezeigt, dass der Treiber nicht verwendet werden kann. Stellt diesen Schalter also auf Off und ganz wichtig, befolgt auch noch die Schritte, die ich euch in meinem Blogbeitrag, den ich jetzt verlinken werde, noch einmal aufgelistet habe. Das sind unter anderem noch Einstellungen zu den Berechtigungen in Systemanstellungen. Wenn ihr diese Liste abarbeitet und befolgt, dann gebe ich euch nahezu Brief und Siegel, dass ihr diesen Scanner unter macOS Catalina wieder zum Laufen bekommt. Jetzt hoffe ich, dass ich mit diesem kurzen Tipp euch weiterhelfen konnte. Wenn dem so war, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten würde ich mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao.